Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2 für die Xbox 360. Im letzten Part, da haben wir uns auf den Weg gemacht, die bösen Akatsuki-Typen platt zu machen. Und da sind wir immer noch. Jetzt kommen ein paar harte Battles. Sind wir dafür bereit? Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Also gut, die Zeit ist gekommen. Jetzt gehen ein paar extreme Battles los. Und ich muss euch leider sagen, dass einer dieser Battles so hart ist, dass ich hoffe, dass ich ihn überhaupt schaffe. Ich bin bereit, aber ich bin bereit, dass ich mich nicht vergessen habe. Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit, aber ich bin bereit, dass ich mich nicht verletzen kann. Er ist nicht so, was ich? Die Geschichte des Deidara ist sehr stark. Nichts? Nichts? Ich bin schon fertig. Ich habe auch kein Mann für mich. Ich bin schon fast. Diese Kraft wird immer wieder sein. Das ist wieder so. okay jetzt geht's los Ich weiß nicht, was ich? Komm her! Ich weiß nicht, dass du hier bist! Du bist... Du bist... Was ist das? Ich weiß nicht, ob du das Wettbewerb ist, oder? Ich weiß nicht, dass ich nur nur ein... Ha 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 ha! Das ist ein Scheiß. Aber ich denke, ich denke, was bist du weiß? Das ist der Feuerstuhl. Hatte was etwas für Sie? Das ist doch alles. Der Geist wird alles geflossen. Wie genau das jetzt! Wir beginnen. Ich werde es nicht sagen. Oh, ich hoffe nicht, dass ich... Ich hoffe nicht, dass ich irgendwie... Sorry für die... Sorry für die dauernde Unterbrechung. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt mit Shikamaru kämpfen muss. Oh nein, ich muss mit Shikamaru kämpfen gegen Hidarn. Mal sehen, ob ich das überhaupt schaffe. Ich bin grotten, grotten schlecht. Naja, geben wir unser Bestes, Leute. Mit Shikamaru, meinem schlechtesten Charakter, gegen Hidarn. Boah, und gleich kriege ich ihn in die Fresse. Ich hoffe, ich schaffe diesen Kampf überhaupt, wie gesagt. So. Oh, komm. Teleportier dich, Junge! Junge! Komm, das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst, Mann. So, und auf geht's, und auf geht's. Mal sehen, und... Ich muss Karge Mahnen und Jutsu Swam machen. Oh nein! Kakuzu! Unfair! Komm schon, komm schon! Teleportier dich! Teleportier dich! Geht doch! Geht doch! Komm schon, diesmal mache ich einen besseren Kampf. Auf geht's! Auf geht's! Boah, Mist, ey! Jetzt bin ich in meinem Modus. Falls es was bringt. Falls es was bringt. Boah, ich hoffe, dass ich den Kampf, wie gesagt, überhaupt schaffe. Mist! Und drauf, drauf! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jawohl, grad noch so geschafft. Den blöden Kampf. Da muss ich mit Shikamaru wieder übelst üben. Damit ich ihn vielleicht dann, äh, im Endgame nachholen kann und dann besser machen kann. Weil B ist arg peinlich. B wie peinlich, weiß jeder. So. Da bin ich gespannt, was jetzt noch auf mich zukommt. Aber ich kann's mir schon denken, weil ich kenn' ja die Story. Naja, das hätten sie besser darstellen können. Aber ist halt einfach so, wie es ist. Ach, man muss jetzt zuerst den Shikamaru-Battle machen, wa? Kuh! Naja, was ist gut? Ich habe nur mit mir und Kaku zu verbrechen. Ich bin mein Freund. Ich bin mein Freund. Naja, ich bin niemand. Kuh, ha, 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 ha! Ich bin kein Mann! Ich bin kein Mann! Ich bin kein Mann! Du bist nicht! Ich bin kein Mann, mit einem nur. Ich bin kein Mann! Ja... Also wie gesagt, mit Shikamaru spiele ich unglaublich schlecht. Ich kann den Charakter nicht spielen. Ich hoffe, dass es da draußen irgendwo jemanden gibt, der ihn echt gut spielen kann. Wenn mir das eines Tages zeigt. Man muss es wissen, wenn ich mich gut fühle, habe ich mit mir behandelt. Ich bin kein Mann! Ich habe auch eine Frau mit mir gelegt. Ich bin kein Mann mit dir, ich war bei mir. Ich bin kein Mann mit mir überredet. Ich bin kein Mann mit mir. Was ist das? Konoha... Wenn ihr die Hörstung auf dem Koneha zu sehen, dann fühlt sich das Konoha zuerst auf den Konoha zu erinnern. Die erste, die Hohka-Mae... Was? Was ist das? Was ist das? Das ist das, was sie? Es geht's up. Das bezweifle ich stark, aber zum Glück können wir mit Kakashi spielen. Einer meiner bestgesteuerten Charaktere. Ich hoffe aber, dass ich gegen den meiner Meinung nach stärksten Gegner Kakuzu eine Chance habe. Dieser Kampf ist nicht der stärkste Kampf oder der härteste Kampf gegen Kakuzu. Dieser Kampf ist, verglichen zu dem, was noch kommt, ziemlich easy. Sagt er und kriegt auf die Fresse. Ist klar, ne? Ne, ich versuche mein Bestes auf jeden Fall. Ich werde das jetzt knallhart durchziehen. Ich werde das jetzt auch schaffen. Kakuzu kann mich mal. So, auf geht's. Bin gespannt, ob er sich teleportiert. Raikiri! Ich weiß, ich bin ein Raikiri-Spammer. Raikiri! Und nochmal ein Raikiri. Oh nein, ich wurde getroffen. Nein! So, mal gucken, ob ich überhaupt noch Rang S kriegen kann. Oh nein, wie ich fahle! Oh nein, jetzt geht er ab. Aber ich habe ihn noch gekriegt. Ich glaube, Rang S wird das nicht mehr. Da bin ich ein bisschen zu schlecht für gewesen. Aber ich denke, Rang A auf jeden Fall. B! Wie beinlich! Also, der Part ist echt schlecht. Der Part ist grottenschlecht. Leute, es tut mir echt leid für diesen, naja, Baby-Beinlich-Part. Aber, naja, was will man großartig machen. Also, ich habe versucht, nicht so viel Shidori-Spam, ähm, Raikiri-Spam zu machen. Und, um... Ich habe das Gefühl, dass ich das Gefühl hatte, aber warum kann ich normalerweise動ieren? Das ist ein wirkliches Fuss? Nein, das ist ein bisschen anders. Ich habe fünf Arten gekauft. Ich habe diese Fuss. Ich weiß, warum kann ich das erzählen? Ich weiß nicht, was ich? Ich habe das Gefühl, dass ihr und meine Saba nicht so gut ist. Ich weiß nicht, dass es nicht so gut ist. Wie soll ich das? Das ist das, was ich? Sieht ziemlich krass aus, also wie gesagt, Kakuzu steht wieder, ähm, der Kampf war, die letzten zwei Kämpfe waren grottenschlecht, selbst mit Kakashi war ich nicht in der Lage, ordentlich gegen Kakuzu zu kämpfen, und im Hintergrund hört ihr einen Krankenwagen, das sind wieder meine Special Kulissen, ähm, ja, extra für Belias LP, Krankenwagen. Ja, dieser Part ist so gut wie vorbei, es dürfte gleich noch eine Videosequenz kommen, ich wusste es. Ja, das war's. Wie war's denn, bis zum Beispiel in diesem Ort? Ja, ich habe tatsächlich einen Auftrag von dir. Auftrag von dir? Aber ich habe einen Auftrag von Säkura für mich. Jetzt die Situation erklärt, er weiß Bescheid. So, wir erhalten die Kontrolle über Naruto. Also, wo wollten sie hin? Blablabla, verstanden. Dann ist das unser Ziel, bist du bereit, Naruto? Ja, machen wir uns auf die Socken, Bayo. Ja, wir erhalten die Kontrolle über Naruto, müssen jetzt zu den anderen hinzustoßen. Und ich würde sagen, das war es erstmal für diese Episode. Am Ende jeder Folge kommt jedoch als allererstes mal die Zuschauerfrage des Tages. Die heutige Zuschauerfrage lautet, Gibt es ein anderes Anime-Game, was, also außer Naruto, ein anderes Anime-Game, was ihr gut umgesetzt findet? Wenn ja, welches? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin Belias LP. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.